Ich muss nur kurz zur Kanone gehen, damit ich den Part beginnen kann. Es wird dich niemand hören. Heyo, Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play. Super Mario 74, du sendest mich sogar der letzte Part in diesem HALT DEIN MAUL. Oder ich mache aus dir Sachen und du wünschst es dir niemals in deinem Leben, geboren worden zu sein. Hey, ich bin aber geboren. Wunderbar. Das freut mich, dass du von mich geboren worden bist. Allerdings, muss ich sagen, dass ich dieses Oni-Chan aufgenommen habe. Schön. Ja, aber sehr scheißegal. Dieser Part wird sicher nicht mal YouTube hochladen. Ich werde alles hochladen. Alles. Es wird einfach wieder rausgestrickt. Natürlich wird es rausgestrickt. Du weißt nicht, ob man das noch über mein Mikro hört, aber... Ah! Ach, hier geht's danach zum... Ah. Sagt ihr ready? Für den finalen Kampf? Nein! Nein! Gegen BAUSETS! Nein! 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 Wo ist BAUSETS? Das BAUSETS? Ich glaube... Mario. Das ist so fett. Das ist so fett. Das ist so fett. Mario, to be honest, I'm impressed you made it this far. Getting here was way harder than in the original game. Original game, I have to admit, good job, and now, I will try to kill you, like always. Er will ihn killen. Was für ein BÖRNERS. Ja, der will mich killen. Du PENDER! Aber das werde ich nicht zulassen, weil ich bin der beste Super Mario. 74 Spieler dieses Planeten. Nein! Das war dumm. War... Oh, Gottes Willen. Ah, come on, ey. Ich muss sagen, bei der Exübe durchschnittlich ist das um einiges härter. Salam! Salam, gefuck! Warum schmeiß ich so hoch? Mein Digg ist so burning right now. Okay. Oh, ich bin grad so schlecht, Alter. Ach, du Scheiße! In der Fall warst du gut. Ah! Gar nicht. Emotivier dich einfach. Nur zur Info. Ich merke es. Warum bist du so scheiße? Ah! Du bist der beste Teamplayer. Ey, was kannst du denn? Was kannst du denn als beste Teamplayer? Nein! Die letzte Part, wie ich gesagt habe. Alter, bist du scheiße. Wie wird es heute Abend im Stream sein, Alter? Ich würde noch so eine Drink-Kategorie reinballern. Conny-Kock-Plotten. Conny-Kock-was? Conny-Kock-Plotten. Conny-Kock-kranz. Ah, alles. Dob parkt. Fuck. Wow! Man, Alter! Bis nach sulperecht. Gut. Solam. Solon, geh bause! Solam. Mal kannst du bitte den Schwanz gucken. Danke. Oh ja! Nein! Kannst du nur! Nichts! Wie oft denn noch? Ich dachte du kannst etwas, aber ja cool, wenn du extra sagst nichts. Beste Teamplayer, ne? Nein! Nein! Ich muss wieder schauen, ich muss wieder kurz orientieren. Meine Fresse. Einige Probleme ist gerade, dass ich gerade nicht in der Kack-Situation bin. Alles klar. Okay, 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 okay. Ist da eine Bombe noch? Nein, das ist keine Bombe frei. Ist da eine Bombe frei? Ja. Nein. Oder doch? Ja. Ja, rechts vorne hier. Ich weiß, aber ich versuche es da. Es kann den Krieg... Ja, das habe ich geschafft. Ich darf so nicht vom Feuer sterfen! Es ist da. Nein, du hast wirklich mich gebeten. Nein, es ist da. Okay. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Und wieder, und wieder, und wieder, und wieder. Und wieder und wieder. Es sieht, wie du, zumindest, 220 Star! Wird es noch besser getroffen sein werden. Es kann mehr genau sein, denn die Entwickler nicht mehr Text geben. Wie glaubst du das alles? There are more out there. Please not. Please yes. No a beat. Please no. Please yes. Bitte nicht. Jetzt schauen wir uns das entspannte Ending an. Ein Mond? Ah. Wer ist das? Ingen so ne Fotze. Ah, ein Bitsch. Nee, eine aus dem Schriftglöse. Eben, Bitsch. Oh. Ein Bitsch. Ich seh ein Bitsch. Ah. Es ist wunderschön. Und du hast ja alle 150 Sterne gefunden. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Oh mein Gott, ich habe ein Nase kick. Oh mein Gott, ich habe ein Nase kick. Wow. Du Pende. Mein Nase ist... Es ist nicht nervös. Es ist ein Nase kick. Für Mario. Für Mario. Ja. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ein Hack. Superman, auf jetzt esse ich. Der Missing Stars. Ja. Eben, du hast keinen Stein gesammelt. Hack made by Mission Aka. Frauber. Frauber. Hm. Und wo ist Shiki? Er ist tot. Nein, kann nicht sein. Er lebt. Black Screen. Geil. Da war Shiki. Ja, hier ist Shiki. Sehst du? Es ist gerade echt... Naja, aber... Was soll ich dieses Projekt sagen? Es ist großgeschrieben, Shiki. Es ist... Also was soll ich zu diesem Projekt sagen? Es ist... Ah, eins meiner Lieblings Mario 64 ROM Hacks tatsächlich. Es... Es hat so seine Probleme, es hat so seine Schwachstellen. Aber an sich ist es ein echt schönes Spiel. Und... Ja, das ist sehr schön. Wirklich. Und ich mache einfach das. Na, na. Weil... Super Mario Bio 6iii! Bio 6iii! 50... 150 Sterne. Und jetzt können wir... Tatsächlich... Zu einer bestimmten Welt können wir gehen. Also gehen wir zurück zum Bowser Level. Weil da gibt es noch einen geheimen Stern. Den wir uns danach noch holen werden. Und danach werde ich so... Also die... Die Abschlussrede machen von... Super Mario 75. Ja. Kannst du mal ein bisschen mehr Motivation zeigen. Danke, Mann. So, jetzt wollen wir uns wirklich den letzten Stern in diesem Projekt. Warum wolltest du mich so erzählen? Warum wolltest du mich so erzählen? Warum ich dich tot sehen möchte? Es ist... Es ist nicht so schlimm. Also sterbe werde ich tot sehen. Aber... Schade. Aber gute für zu. Scheiße. Wieso? 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 Nichts passiert. Ich wusste, dass ich jetzt sterben würde. Deswegen... Das heißt, die Münzen und hier geht es runter. Und hier ist so der Weg zum Secret Star. Und dann kriegen wir auch noch den gesamten Ausblick dieses Schlosses zu spüren. Und hier Stufen, Treppen, der größte Erzwein von dir. Wo ist es? Blech. Blech. I' s' like. Ne. Ist mir egal. Mir egal. Ey. Oh, was ist hier ein... Ich wohnt. Oh, ein Secret... B und T! Und hier ist die KANN ohne. Ich kann, aber muss nicht ohne. Okay. Und hier sind Kristalle. Und hier ist ein Schild. Dieser Roof, benutzt man mit Künstler, wie 30 oder 40. Oh, well, we can't have everything. We want, we want, can we? Hm, did you know, there are many secrets written in this game? I've heard there's one in this level, but it's very difficult to find. Diesen secret, dieses Secret-Turm hier. Und ich will dir noch was zeigen. Kennst du den BLJ? Ich hab mich in den. Gut. Ich bin im Kristall drin. Oha. Ah! Du warst ein Schieter, ey. Das ist der BLJ. Kann ich da raus? Nein, kannst du nicht. Du warst für immer da drin. Der BLJ, Mann! Da hab ich euch doch ein bisschen den BLJ gezeigt. Na, leider kann ich das nicht so krass. Ich sind beflipst. Eigentlich ist das Schieter, aber... Das, das sind, das... Das sind halt... Nee, das sind halt... Cheats. Glitches. Glitches. Was kann ich denn dafür? Und jetzt wird's sehr schwer. Jetzt wird's schwer. Da müssen wir einen Sturzflug machen. Nicht so ein Sturzflug. Was kennst du nun? Mach's besser, du Hürzel. Ja, hab ich schon. Du musst dafür nicht spielen. Ich hab schon die 150 mit allen Ständen. Du hast gecheatet. Ey! Du hast gecheatet, Zett. Ja, nee. Dieses Video ist Beweis schon. Oh, dieses Video ist Beweis. Was ist denn daran Beweis? Ich kommentiere. Also, es ist mein Video. Also... Wo ist das jetzt? Ich hab's echt vergessen, wo das Scheiß war. Ich weiß es auch nicht. Boah, willst du das wissen? Leben. Ich weiß es auch nicht. Hast du diesen High Speed gesehen? Ja. Aber du kannst nochmal ein Game machen. Ja, klar. Aber ich muss jetzt auch noch mit High Speed... Pfff, nein! Das sind einige Versuche brauchen tatsächlich, bis ich das hinkriege. Wo ist das Scheiß? Da ist... Da ist das Loch. Das fette Loch. Aua. Das ist ein Extra-Leben. Nein, ich hab's hier erwischt. Shiro wäre nicht stolz. Shiro stolz auf... Sammeln... Keine Sammeln... Extra-Leben. Shiro stolz. Shiro voll stolz auf... Nicht eingesammeltes Extra-Leben. Shiro stolz auf... Kannst du mich da auch ein bisschen kommentieren oder so? Du bist dann nicht unbezahlt hier. Oh, okay. Shiro stolz auf... Okay, du bist unbezahlt, okay. Du wurdest... Nicht bezahlt. Du hast mich da. Okay, ich hab's gegettet. Du bist immer noch in mein Blumen, also ich kann den. Immer noch... Shiro stolz auf... You get it. Ja, ich hab's gegettet. Ich hab's... Pfff... Alter, du bist so sch... Alter, mach's besser, Alter. Mach's einfach besser. Das hab ich schon. Das ist nicht einfach. Du musst einfach nix machen und gewinnen schon alles. Oh, ich bin hier falsch. Wo ist das jetzt? Ah, hier ist das Loch, da ist das Loch, das ich rein muss. Da ist das Loch! Das wäre so witzig, wenn du wieder runtergeschoben wärst. Ja, hier ist der Secret Star. Oh, okay. Wo ist der Boden? Da sind wir. Wrong game. Was machst du hier? Ja, nein, das ist schon die richtige. Ist jetzt richtig. Wir sind hier in Super Mario 64. Und wir lesen ein paar Schilder durch. Ich will nicht. Ich will nicht hier bleiben. Es ist wunderschön hier. Das Schilder ist nicht wichtig. Das Schilder ist nicht wichtig. Und jetzt kommt einer der wohl bekanntesten Tricks, ein Super Mario 65. So, wie kommt man auf das Schloss? Hier kommt man auf das Schloss. Hey, hör auf zu schieten. Ich schau einfach mal nach links. Verzähl schon, dass du schietest. Oh! Das ist mit Joschinski. Was ist mit Joschinski? Was ist mit Joschinski? Mario! Das ist mit Joschinski, was sagst du? Das ist mit Joschinski. Ich weiß nicht. Wieso schittest du schon wieder? Äh, zittert du! Und was macht Yoshi jetzt? Nein, ja, verständlich! Aber immer im Selbstmord, ey. Das blöde Yoshi, ey. Ja, du fragst dich sicher, was sie jetzt hier machen. Ja, durch Peach... ...bild gehen. Ich hab echt vergessen, wo ich lang muss! Da durch. Du hast gekuckt. Natürlich hab ich verkackt, das erwartest du von mir. Auch wenn das dein letzter Part ist und nicht wahrscheinlich den erfolgreichsten... Was haben wir denn da? Nein! Ups. Nein, da wollte ich nicht lang... Da wollte ich nicht lang... ...ich weiß nicht, da hochkommen. Ich weiß nicht, da hochkomme. Ja! 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 Na! Ja! 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 die zentfer wird die Beweilung für mich gerade ich verwirrt okay so Wird der jetzt nicht runterfallen? Gibt es nämlich einen bestimmten Weg nach oben? Was ist der hier? Ja. Der war mal... Was? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, aber es ist gerade so... Geht so raus. Wow. Das ist unerwartet fun hier, aber. Das ist ein Glitch, ey. Mann, Alter, ich will nur noch hoch. Oh, nein, ich will nicht noch runter. Hä? Hei, check auf nichts. Hä, aber... Ja. Da müsste man normalerweise im Originalspiel... Müsste man da einfach hochkommen können. Ja, aber wir sind nicht im Originalspiel. Ja, aber trotzdem, die sollte das jetzt... Hä? What the fuck? Spiel. Was? Alles klar. Jetzt hat es funktioniert. Ah, da ist diese... Äh, was ist das? Der 151. Stern. Ich mach verwirrt. Das ist... Es gibt gar nicht. Es gibt nur 150. Jetzt gibt es aber 150. Also, wie... Er steht ja noch am Schluss. Bevor er die Part beendet. Aber naja, so viel dazu. Ich muss sagen... Ich muss sagen, dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst bei den letzten Paar, die Schokolade habe. Ja, und jetzt kannst du auch mir die Aussage geben. Die was für... Aussage, ich bin doch eine freiwillig hier. Ja, aber ich muss sagen, nach diesem Einsprung... Allerdings... Muss ich sagen, dass wir am Anfang relativ eine... Immer noch... Wahrscheinlich immer noch eine K-Qualität habe. Und er kommt... Es ist halt ein Experiment gewesen. Und es ist auch eine Einspielung gewesen an meinen absoluten Lieblingslesplänen. Ich muss hier endlich mal seinen Namen erwähnen. Sein Name ist natürlich V-Hawk. Mein absolutes Vorbild, was Let's Plays und so weiter betrifft. Was... Was mein... Was meinen Humor halbwegs auch ausmacht. Und ich freue mich natürlich auch zutiefst, dass ich hier... Dieses Let's Play machen konnte. Auch wenn es vielleicht wieder nicht anschauen werden. Hatte ich trotz allen, die meinen Spaß in diesem Spiel. Und ich werde natürlich noch... Ähm... Als Bonus-Part rauspollern. Und dann werde ich da alle Levels hier bewerten. Ich hoffe, ihr schaltet danach wieder ein. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Projekten wieder. Bis dann. Und danke fürs dabei sein. Ja.